ja hallo und hat sie haben zurück zu und es ist ein annehmen wird regt ja jetzt wie es ist wie es jetzt haben jetzt die 30 Prozent abgeschlossen und jetzt müssen wir mit bei die 20 Bosse bis siegen es hätten müssen das da eigentlich um will ich mal sagen wie oft spielt Wunsch kann ich auch so spielen also der da ist der Wunsch weg ja dann wechsle ich halt dann zu Bagi ist mir auch egal ja eben jetzt müssen wir halt eben Dings mit Bagi 20 Ausweichmanöver machen ja das wird jetzt nicht so schweben schlimm 20 Bosse müssen wir umbringen 20 Ausweichmanöver natürlich ist es so dass wir die umbringen müssen also wenn jetzt Nami die töte das ist nicht gut ich muss sagen Bagi hat schon was so verdammt nicht Nami fressen auch verdammt ich muss ausweichen ich weiß ja nur nicht wie das ist wenn ich jetzt eigentlich mit Bagi sterbe das Problem ist ich brauche insgesamt 20 Ausmechanöver auch noch dazu also Bats natürlich ich weiß jetzt nicht die ganzen Attacken von Bagi das ist eine die ich gern mag aber was er noch so drauf hat kann gegen Robben die noch wenn wo Franky die die um machte nicht endlich aber warum ich jetzt drei versuche dafür gebraucht es funktioniert schon mal ganz gut die erste ist down also jetzt habe ich schon zwei bosse besiegt mit ihm das problem ist halt dass ich sie besiegen muss ja dritter das heißt noch 17 bosse das heißt grundsätzlich ja wir müssen mindestens jetzt glaube ich viermal machen dann hätte ich zuerst aber es geht mir mal nicht anders so und das finde ich macht der boschdurm eh spaß ich glaube wir müssen den boschdurm eher öfters machen nun das sind das hätte ich darauf dass ausweichmann über eine süße ist nicht zu schlimm die attacke ist auch scheiß stark so wenn sie trifft wo gegen ihn überhaupt da hätte ich jetzt vielleicht ausweichen sollen genau so macht man das so es kommt wieder das da ich finde der tag ist ziemlich gut wenn sie am schluss trifft dann gut aber gut ich bin ja auch auf normal also ja ich glaube jetzt war sie wieder ich bin mir da nie sicher also ich rechne da jetzt gar nicht mal mit weil mir das eigentlich egal ist entweder schaffe ich es oder es ist sicher noch wer ja weil mit diesem ist meistens Job dabei es ist genau mugs bleibt stehen leider ich weiß nicht ganz ehrlich ich finde die attacke nimmt ur viel ab und noch mal einsetzen ja bei dieser packen sind jetzt zwar nicht die außergewöhnlichsten aber er hat wenigstens welche und noch mal einsetzen ganz gut funktionieren ja klar bei euch habsen noch einer das war doch schon zwei drei ok vielleicht sind es fünf runden weil das sind auf jeden fall mehr als ich habe jetzt nichts dagegen aber trotzdem ich finde es genau auch noch eine ist kommt jetzt zu mir das kommt jetzt bei der zonen aber nicht mehr nicht. Also wenn ich so nachdenke, ich glaube schon. Das kommt gar nicht. Kann mich nicht wehren, komm schon. Oh, danke. Das war jetzt echt knapp. Also wenn ich jetzt hier gestorben wäre, dann... Aber ich muss sagen, die werden alle stärker als... als ich es gern haben will. Ich will sie ja eigentlich so schwächen, dass sie fast nichts mehr benötigen. Das gibt sie nicht. Das sind die hier zu schwer. Ich kann nicht mal mehr ausweichen. Ja, das wird jetzt irgendwie, glaube ich, vielleicht wird das jetzt gar nichts mehr. Also mir scheint es nämlich gerade so, dass ich hier langsam sterben werde. Ich würde sie natürlich gerne beide umbringen, aber ich kann es mir nur noch schwer vorstellen. Komm schon. Ja! Huh! Trotzin komisch, weil das war ja jetzt einiges mehr. Steht da irgendwie, wie viel besiegt? Nein. Schade eigentlich. Okay. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder... In dem Bad kommen wir auf jeden Fall jetzt nicht mehr auf das nächste Treppchen. Das ist schon klar. Was? Oh, Spezialspiel. Aber wir sind schon Ragen 197. Das ist schon mal gut. Schauen wir mal, kann man da sonst nichts machen? Shanks? Oder da sind... Es gibt nur noch so wenig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Fünf. Fünf. Ich komme nicht auf sechs. Voll ist noch so viel. Komisch. Sind das andere angeblich alles nicht? Ja, gut, dann machen wir das Spezialspiel. Ja. Okay. Dann nachher werde ich wahrscheinlich, geht es sich sicher. Wenn es das Spezialspiel nicht zu schwer und zu lang ist, geht es sich sicher noch ein... Oder ich mache halt dann andere kleine Bosse. Kein Bosch-Turm mehr, sondern einfach nur so... Oh, Zorro. Okay, was war eigentlich nicht klar? Die streiten ja nicht auch immer, das finde ich nicht so lustig. Ja, das war klar, das war klar, das war klar. Lass mich in Ruhe. Ah, verdammte Kacke. Erst. Zorro. Okay, der Kampf ist echt scheiße. Was? Oh. Okay, das ist ein... Das läuft überhaupt nicht so, wie ich es haben will. Ganz ehrlich, das läuft gar nicht gut. Noch einen ganzen Balken. Und ich habe nur noch einen halben. Und die Balken von uns sind aber genau gleich groß, das heißt, das ist jetzt schlecht. Hm, das Problem ist, der Angriff macht mir auch nichts. Außer, dass er bahrennt. Nein, oh, fuck it. Das war ein Fehler. Gut. Niemals. Das gibt's doch nicht. Nein! Komm schon, ich kann noch gewinnen. Nein! Das gibt's nicht. Ja. Ja. Ja, das gibt's doch nicht. Da gibt's doch noch gar nicht. Da gibt's immer eine kleine Kapsel, die füllt dir das halbe Leben auf, wenn du stirbst. Das dient mir, mein ich zu wiederbelebung, aber... Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin dumm. Kann ich da nicht auch irgendwie heilen? Ich glaub schon. Hätte ich ihn nicht geschafft. Also das eine werde ich mir jetzt behalten, was ich da hab. Und das zweite kann ich auch noch füllen zum... zum starken Angriff. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Kacke, 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 kacke. Alter, wieso brauche ich sie jetzt auf einmal nicht? Das wundert mich immer sehr. Beim ersten Mal funktioniert gar nichts und... Das macht ja gar nichts. Man, der hat so viel Leben verloren. BAM! Aber das will ich... Beim ersten Mal geht es mir so... Da verrückt ich halbert. Weil jetzt funktioniert alles wunderbar. Na ja, wir haben bald... Wir haben fast die 150, also... Das ist ja noch okay. So ein Scheiß. Mal wo... Noch ein Spezialspiel? Okay, dann machen wir das sofort. Natürlich, klar. Mit Zorro, passt. Okay. Also ich hatte noch nie zwei Spezialspiele, jetzt ist es wahrscheinlich genommen... Nein. Jetzt ist es wahrscheinlich mit Mihawk, oder? Vermute ich jetzt mal. Ja. Zack. Mihawk. Es ist eine Weile her, Lorano. Zeig mir, um wie viel du dich seit dem letzten Mal verbessert hast. Falkenauge. Du hast so viel für mich getan. Der einzige Weg, wie ich dir das anständig tun zeigen kann, ist das, dich im Kampf zu bezwingen. Ein... Engarde. Natürlich, wenn du glaubst, du kannst gewinnen, dann versuche es nur. Okay, ich habe echt keinen Plan, wie ich gegen den... ... vorgehen soll. Schützen und hinschlagen. Das war schlecht. Ich werde, glaube ich, auf 2 gehen müssen. Weil der... ...angriff dann einfach mal eine... ... sch... ... stärker ist. ich hab doch es läuft dann noch schlechter als bei Sanji obwohl ich mit Zorro eigentlich besser bin so jetzt wird der Angriff nämlich stärker sein woher ja das ist er sogar ich hab das dann nur noch kurz aber das ist mir auch egal weil mir bringt sie nur was wenn ich sind ich bin noch mal stark die Kindergarten der Grundnacht ist Prozent der Kampf als auch wieder einfach erwartet der Schöner Schöner der Bündnis und es in der Welt und es ist ein und gut ich bin erhalten in der Sterne mehrere jungen ist ja ist mir wurscht was da jetzt drin ist, das interessiert mich ja nicht wenig ok, haben wir jetzt irgendwas zu tun aber das Problem ist ja, es kommen immer neue Sachen dazu also ich glaube, wenn man Schenks macht, kommen neue Gänger das kann doch nicht sein, wir flammerten jetzt schon naja, ist es mir wurscht ok, ok, ja da fehlen ja noch ur viele was, erst 8 Bosse habe ich mit Bagger besiegt das ist sehr wenig, aber ja ok, dann muss ich das eben nochmal machen warte mal, wo waren die Bosse, warum war einfach nicht der nein, ich glaube, das war es das war glaube ich das, wo ich die Bosse vernichten konnte aber gut, ok, das werde ich im nächsten Part machen ich hoffe, es hat euch gefallen und wie viele Prozent haben wir jetzt eigentlich hier schon schon mehr als 30, ja 32,7 haben wir jetzt schon, also es geht voran und ja, wie gesagt, wenn ich das immer sage, zum Schluss abonnieren, wer noch nicht hat ich weiß nicht, jeden einzelnen herzlichen Willkommen zu mir, dann natürlich noch, was ist noch wichtig ähm, ja kommentare schreiben bis zu schon, ciao Bis zum nächsten Mal.